Zeig doch mal, wie es Augen gemacht wird. Hallo, mein Name ist Birka Huber, ich komme aus Schönburg, bin 19 Jahre alt und jetzt hatte ich das Glück, dass ich bei der Firma aufgenommen wurde und hier konnte ich jetzt meine Ausbildung ohne irgendwelche Unterbrechungen weitermachen. Hier auf die kaufmännische Schule in Heffel, macht auch echt Spaß hier zum Arbeiten. Ja, jetzt bin ich zwei Jahre hier, habe meine Ausbildung mittlerweile abgeschlossen, ganz interessant, wie man in viele verschiedene Abteilungen reinkommt und es ist schön hier zum Arbeiten. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt alles so ist. Ja, dann muss ich sagen. Also ich glaube, es muss eigentlich ein paar Stere her passen. Also los, komm! Noch mal? Los, komm! Bis zum Glück, genau. Super! Dann wollen wir mal gespürt, ne? Wenn Sie alle. Um! Willi! Wenn Sie mir hier als bipolarisieren, dann hierdem laid. Dann will ich mir irgendwo durchführen. Dupflöte, überhaupt nicht? Und würde ich slipkart?